Moin moin und hallo Leute, ich hatte vorsichtshalber den Sprung gemacht. Äh, egal, also ich hatte den Sprung gemacht, damit ich weiß, ob er geht. Nein, warum fünzt das nicht? Ja, und... Wo bin ich? Oh, nö, ne. Hallo, ich muss gerne loslassen, ich bin nur hoch. Ja, und nun versuche ich hier schon seit 5 Minuten diesen Sprung zu machen. Nur sind mir einmal gelungen, was mache ich lieber runter? Hallo, kannst du gerne hoch. Ist nicht giftig. Dieses ist hier nicht giftig. Nämlich man muss Leertaste, cool Leertaste. Ach, endlich. Halt dich fest. Los fest. So. Schlagen wir Dattel auf. Platz. Und rollen uns ab. Ja, und wir sind ja hier auf dem Schiff. Ja. Ähm, Pornomagazin. So. Das ganze Maufen Schiff. Hier in Kojen. So. Ich mach hier rein. Zapptadap. Ähm. Ist hier unten was im Keller. In der Nähe von Autodeck 6 müsste es ein Weg aufs Oberdeck gehen. Ah. Aufs Oberdeck. Okay. Halt schon wieder mal. Ups. Hier hoch. So. Äh. Hier rein. Hier. Da muss ich nicht immer. Ja. Sechth. Und. Lätt. Ich glaube nach draußen. Ah. Schaufschutz. Okay, ich arbeite mich zu dem vor. Ich kann dem aufhören. Okay, die nächste Aktion von mir wird kritisch. Mein Gott. Hier gibt es einen Koffer. Stimmt hier drin. Oh mein Gott. Ist das ein Koffer? Koffer. Ich wusste, dass es hier einen gibt. Aha, alle drei von drei. Wo wir jetzt sind. Hier sehen sie mich nicht. So. Und dann. So. Und hier hin. Da hin. Und dann. Hier hin. Dann um die Ecke. Was soll ich hier? nicht so viel werde ich nicht gesehen und ja das Wasser ist ein bisschen unnötig es bewegt sich kaum naja ja 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 hoch im Moment, ich muss nur kotzen können so, Hallelahm, Peter Pan hier bin ich wieder schnell gegessen, voll gefressen ich muss hier bestimmt rüber ja, ich mach's einfach wie soll ich jetzt hier hin ich warm finden mich hier nicht ist gut vielleicht hier noch irgendwo ein Koffer Koffer, Koffer ne ich mach hier hoch so, wo sind die? was bist du denn? ja, na ah ha 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 ah ah, Kopfnuss hm hm ja, genau wie sie, wie, wie ist denn drauf? naja also ich muss zwei Angriffe also batz batz und nun zurück ah aber voll ich weiß gar nicht wie ich gegen die angehen soll das ist ja und oh aha Das ist mal richtig aggro-wohnen. Ich muss angreifen und zurück. Es kommen ihre Kopfgenüsse. Hallo? Kommt mal auf, ne? Kommt mal auf! Allein schon. Auf jeden Fall geht die wie eine Frau. Scheißfrauen, ey. Immer. Immer mit Fäusten, ne? Wenn sie jetzt so wirst, toll oder was? Mach her. Ach komm. Zieh. Boah. Boah. Ja, guck mir doch noch ne Kopfnussreihe. Trägt's gleich auf die Fresse von mir. Du witzig mit Stress, ne? Du kennst wie mit einem Mädchen, ne? Boah! Kann... Ich kann noch nicht mal den Kopf nicht blocken. Guck mal. Du schubst mich weg und schon sterbe ich. Das ist geil. Das ist mal richtig geil. Ich kämpfe nicht gegen dich. Okay, ich kämpfe gegen dich. Aber nur weil du... Nein, nur zweimal schlau. Du schlau. Ja, komm doch. Suche. Die Frostdiepie hindert. Guck mal, kann ich die blocken... Warte mal nochmal. Die blocken kann. So, jetzt steh auf und nun kommt der. Nein, ich wollte grad' zu rückgehen. Ich will gerade ihre Wache kriegen. Jetzt haust du ab, gerade wo ich dich im Wachen übergebe. Er ist im Korn? Ich finde das war eine See. Aber egal. Safe Point. Mach doch noch mehr Türen zu. Dauert gar nicht lang die aufzumachen. So und der Eck. Level weggelauern. Cool. Ja cool gesagt. Kannst beenden. Kannst mal aufhören damit. Schon das Level gelauern. So. Ich hab das erst beim Freund gesehen. Deswegen weiß ich wo die hin will und was die alle. Und was die macht. Ich kann aber nur es abhauen. Leute. Keine Angst. Das ist voll gemahlen. Wo ist die Pusse jetzt? Fuck. Jump doch. Hey. Hallo. Du. Du. Sind noch dümmer. Als sonst. Das ist schon schwer zu knacken. Da sind noch nichts. Jaht dazu. Da bin ich. Also ich war schon mal Tiere im Boot. Habe ich ja ganz vergessen. Muck doch nicht. BATS! Ich bin so gut. BAM! Haha! Oh mein Gott, ich mein Gott. So, ja. Darum ging es... Wie soll man sagen? Sel war die Wandererin und sie ist jetzt gegen uns. Entschuldigung, weil sie es gehört hat. Irgendjemand ist im Konvoi und wir müssen ihn aufhalten. Aber ich gerade nicht da. Deswegen habe ich es leider leider nicht mitgekriegt. Aber... Vielleicht werden wir es nachher fahren. Man weiß es nicht. So, wir sollen jetzt hier rüber. Vielleicht da rüber wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sehr wahrscheinlich. Ja, dann jumpen wir hier hoch und da hoch. Jetzt hier. Und da hin. Oh mein Gott, da ist eben so ein Spargel-Torter. raushauen. Uiuiuiuiui. Lala. Was ist hier? Oh! Schein hier hoch. Ja, da hin, da hin und da hin, äh, da rauf, nein, da rauf, dann hier hoch, aber für dies, dies gehen von den Typen schon. So, und nun, da, 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 da. Oh mein Gott, und ja, um, Bats, Tüdel öffnen. Oh mein Gott, ist zu. Ist irgendwo ein Koffer. So, wahrscheinlich ist der Koffer noch draußen, wetten, oder hier hinter, aha, ich hab ihn noch gesehen. So. Einen Moment, ich mach hier einen Cut wegen Fahrstuhl. So, hier sind wir auch wieder. Ja, Fahrstuhl fährt zu Ende, und hier müssen wir einen Schirm drauf. So, Savepoint. Boah, Black Power. Super, ich darf die Drecksarbeit nehmen, weil die schon immer mehr tun. So. Kommen wir anscheinend nicht hoch. Da, aber. Schon wieder so welche Flachpfeifen, mein Mann. Oh mein Gott. Ja. Bats, 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 bats. So. Da hat doch eben noch welche in meinem Nacken. Wo sind denn die? Keiner? Keiner? Keine Freiwilligen noch? Nö. Wahrscheinlich jetzt, jetzt, wo ich meine Waffe weggeworfen hab. Ja, gleich um die Ecke. FTW, gleich um die Ecke. So, 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 und, boah. Boah. Seitenjump. So, und hier. Das war mal geil. Ich denk mal, mein Mann ist hier. Leertaste, cool, Leertaste. Aber das einmal Leertaste war, glaube ich, zu viel. Bats. Ja, so muss das nicht laufen an der Wand. So, hoch. So, da rüber. Bats. So. So, und so. Nein, ich hätte da drauf stehen bleiben können. Nochmal. Statt, dass es da auf der einen Plattform Safe Point gibt. Das nicht so umständlich. Dopp, dopp, dopp. Joho. Ja. So. Ja. So. Halte dich doch fest. Einfach nur festhalten. Nichts anderes. Festhalten. 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 Bats. So, jetzt kommt's. So, ganz nach oben am besten. Mein Gott, jetzt kommt's. Ich hätte noch ein bisschen gehen müssen. Der ist Blut. Oh, nee. Nochmal. Hier wieder hin. Und da hoch. Da hoch. Hier wieder der perfekte Jump. Das reicht, Dicke. So, jetzt wieder der Seiten-Jump. Fast in die Hose gekommen ist. Oh. Geht das nicht anders? Jo, Moise. Der muss doch eine gehen. Hier hoch. Da hoch. Hier da hoch. Da hoch. Da hoch. Hier noch ein bisschen Graber-Action. Und da hoch. Jetzt kommt der. Weder springst du nicht die Wall-Oans. Oder du fällst irgendwo runter. Fade. Hier ist noch ein bisschen gedrückt. Das Zell. Dieser Typ da war. Der wir geschlagen haben. Zertrümmert. Und, und, und. Wie heißt die Merk? Kate. Toller Name. Jetzt kommt er wieder. Mensch. Okay. Das sind die Ziele. Ein Versuch mal hin. Wenn nicht, dann sehen wir uns wahrscheinlich erst, wenn ich dann wieder auf diesem Container oder sowas da stehe. Aber jetzt schaffe ich es ja. Ich weiß das. Ich kann mich damit aus. Von daher konkurrieren. Was erzähle ich, wenn ich es nicht schaffe. Ich schaffe es ja. Hoffe ich. Tschüss. So. Jetzt wieder der. Und nun kommt der. Fail. Einen noch. Einen noch. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Aber verräumen. So ist das. Und da hin. Da hin. Dahin. Da hin. Da hin. Und da hin. Da hin. Und da hin. Ich probiere es jetzt mal bei den Sprung aus Nur Kuhleertasse oder Kuhleertasse Kuhleertasse? Geht doch auch hier Ja, nur dann Kuhleertasse wäre hier eine Rampel Das hat mich irritiert, deswegen Sonst ist das ja kein Problem So, sabdadab 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 Oh mein Gott Noch ein Fail, kommt noch ein Fail So Hier lieber Jetzt kommt der wieder Das ist ja nicht schwer, ne? Da Der Leitensprung So, jetzt kommt der Okay, ich mache hier einen Cut, dann sehen wir uns dann Wenn ich auf dieses hässliche Teil Tschüss Okay, ich mache hier einen Cut, dann sehen wir uns dann Ich mache hier ein bisschen